Die traurige Nachricht erschüttert die Welt. Der Black Panther-Star Chadwick Boseman ist heute Morgen an Darmkrebs verstorben. Er war erst 43 Jahre alt. Seit vier Jahren kämpfte er mit dem Darmkrebs und zwischen seinen zahlreichen Operationen und Chemotherapien kam er in vier Filmen als Black Panther auf die Leinwand. Er war ein wahrer Kämpfer, teilte seine Familie auf Twitter und Instagram mit. Black Panther war der erste Superheldenfilm, welcher vor und hinter der Kamera größtenteils mit schwarzen Akteuren und Akteurinnen besetzt wurde. Chad hat nicht nur Hollywood verändert, sondern ganze Generationen. Er ist eine große Inspiration für viele junge, schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen. Er war ein großartiger Schauspieler und wäre noch viel größer geworden. Ich habe selbst eine persönliche Verbundenheit zu dem Black Panther-Film und Chads Tod trifft mich daher auch. Meine Gedanken und Gebete sind bei Bosemans Familie. Ruhe in Frieden, Chadwick.